Ja, ich bin eingeladen worden, an dem Abend in Schesel dabei zu sein. Was sich positiv herausgestellt hat, die Teilnehmer, die waren sehr gut ausgewählt. Der Bürgermeister von Helgoland, Jörg Singer, ist per Google Hangout sogar noch dazu geschaltet worden. So konnte er natürlich persönlich seine Erfahrungen, seine Ergebnisse, seine Ziele mit Helgoland präsentieren. Auch sehr gut im Zusammenspiel mit dem Bürgermeister von Kruxhafen. Die Ergebnisse, die der Abend gebracht hat, das Feedback von den Teilnehmern ist sehr gut, sehr positiv gewesen. Also auf jeden Fall hat es sich gelohnt, dabei zu sein und Teilnehmer von dem Abend zu sein. Kruxhafen Kruxhafen